So, hallo und willkommen zur 15. Ausgabe vom Dicken Preußen. Heute spreche ich mit Ralf Sandwuchs. Hallo Ralf. Hallo Dicker Preuße. Ja, es geht auch Icke oder Dennis. Kannst du dir aussuchen. Alles klar, machen wir lieber den Dennis. Okay. Fangen wir mal an mit dir. Wer bist du? Du hast schon erzählt, 1984 hast du mit dem Rollenspiel angefangen. Genau. Man könnte ja jetzt sagen, das ist praktisch, der Highland wurde geboren, also ich bin 84er Jahrgang und deswegen hast du mit dem Rollenspiel angefangen. Nein, das war ein bisschen anders und zwar sah das tatsächlich so aus, dass ich damals auf einer Klassenfahrt dabei war. Es war nicht meine Klassenfahrt, sondern es war die meiner Freundin, aber ich bin trotzdem dabei gewesen. Und ist eine längere Geschichte und eine sehr wilde Geschichte. Da sollte ich gar nicht erst anfangen, weil dann könnte ich stundenlang erzählen. Auf jeden Fall, auf dieser Klassenfahrt kam plötzlich ein Typ auf mich zu, hielt mir eine rote Box unter die Nase. Vorne drauf so ein Drache und ein Krieger mit einem Schwert und sagte, das ist total toll, das müssen wir diese Woche spielen. Und ich dachte so, Hilfe, ein Wahnsinniger. Und tatsächlich haben wir also in der Woche dann meine erste Runde D&D gespielt in Frankreich, in Avignon. Und ja, das hat mich also danach nicht mehr losgelassen. Und der Spinner von damals ist also heute noch mein Freund. Wir haben auch ein paar Projekte mal zusammen gemacht. Und ja, so hat das dann damals begonnen. Also ich sag mal noch relativ am Anfang der Rollenspielgeschichte hier in Deutschland. Darfst du seinen Namen sagen? Ja, klar. Jens Eggert ist das. Der hat zwischenzeitlich ein paar Mal Kurzgeschichten geschrieben für Shadowrun, schreibt jetzt unter eigenem Namen Romane, zeichnet viel und macht also eine ganze Menge, hat eine ganze Menge Sachen im Bereich Second Life gemacht. Das hat jetzt weniger Rollenspielbezug. Aber mit dem habe ich also, verbindet mich also immer noch eine enge Freundschaft. Und ja, wir wollen also, wir haben schon mehrfach versucht, mal gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Aber das ist dann sehr häufig an unseren, ich sag jetzt mal unterschiedlichen Herangehensweisen gescheitert. Weil ich immer so ein bisschen, ich sag mal, er muss alles immer genau vorplanen und voraus berechnen. Und ganz schlimm war mal, wo wir Science Fiction machen wollten. Und er musste dann alles genau berechnen und wie funktionieren die Raumschiffe und sonst irgendwas. Und ich hab dann gesagt, es ist doch egal, wir nennen das Ionenantrieb und dann fliegen die damit. Und er, nein, das geht nicht. Also daran sind unsere Projekte auch schon mal gescheitert. Okay, also er ist eher der Star-Trekler, dass das alles klappen muss. Ja, genau. Und das ist auch heute noch so, er hat vor kurzem mal so einen Roman geschrieben. Und da haben wir uns also auch lange darüber unterhalten. Die Schwarze Pyramide heißt der. Der spielt an Bord eines Luftschiffes. Und er hat ganz genau dieses Luftschiff ausgerechnet, dass es wirklich funktioniert. Und man hat sich überlegt, wie man eben von einem Luftschiff aus zum Beispiel die Höhe und die Geschwindigkeit über Grund berechnet und sonst irgendwas. Und ich hab ihm dann auch gesagt, mein Gott, das ist doch egal. Das Ding fliegt und wir wissen doch, dass die Dinger geflogen sind. Und was weiß ich alles. Und er, nein, das muss ich wissen. Ja gut, das muss man, also manchmal muss man Sachen einfach wissen. Ja, für ihn ist das, für ihn ist das eben auch sehr wichtig. Und ich hab, ich muss sagen, für mich ist es immer eher so gewesen, dass ich gesagt hab, wenn das woanders akzeptiert wurde, also ich sag jetzt mal Star Wars kontra Star Trek, bei Star Wars akzeptiere ich halt, dass es ein Laserschwert gibt. Also wenn ich mal irgendwas im Science-Fiction-Bereich mache und ich will ein Laserschwert haben, dann sag ich, ja, da gibt's Laserschwerter, cool. Und das ist eben bei ihm dann manchmal anders. Aber gut, so hat eben jeder seine Vorgehensweise. Ich hoffe, wir haben jetzt niemanden beleidigt, weil es gibt eine große Diskussion über Laserschwert oder Lichtschwert. Wie gibt's da, Ross? Ach, ganz ehrlich, aus Begriffsdiskussionen halte ich mich häufig raus, ich weiß, was ich meine und letztendlich, ich weiß, ich hab das letztens auch gelesen, wenn ich also zurückgehe auf den ersten Star Wars, da hieß es dann tatsächlich das Laserschwert. Weil im allerersten Star Wars, ja, den kann ich auswendig, wo sie in der Wüste von Tatooine sitzen, sagt Obi-Wan, das Laserschwert deines Vaters, eine Waffe aus eleganteren Tagen oder irgendwie so in der Drehe. Also ich glaub, jetzt hab ich den Text ein bisschen verwechselt, aber so in der Art. Es ist auf jeden Fall das Laserschwert. Ah, okay, ich dachte mal, es ist vorher ursprünglich das Lichtschwert. Es war der Lightsaber, aber sie haben's halt anders übersetzt teilweise. Ah, dann so rum, ja. Okay, dann, bevor wir zu dem eigentlichen Thema, das Bernomicon. Ich weiß nicht, sagt man immer Bernomicon? Bäronomicon. Oh, verdammt. Kein Problem. Aber muss man das so ein bisschen pathetisch, so ein bisschen tiefer so, Bäronomicon, oder ist das eigentlich egal? Nein, das ist eigentlich egal. Das kommt ja auch immer drauf an, das werden wir später noch sehen wahrscheinlich, wie man das spielt. Weil einer der Ansätze ist ja gerade, dass man eben sagen kann, wir machen hier wirklich so ein bisschen Horror. Und der andere ist tatsächlich zu sagen, nee, machen wir nicht. Wir machen lebende Plüschtiere. Das ist kein Horror, das ist lustig. Lass uns Spaß haben. Okay, dann, bevor wir darauf kommen, hast du erwähnt, dass du an einem Hörspiel mitwirkst. Erzähle mir mehr oder erzähle den Hörern mehr. Wie viel ich da genau erzählen darf, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir an einem Hörspiel tätig sind für das Hexenrollenspiel mit mehreren Leuten. Und ich mache da den Part des Erzählers, den ich seit mehreren Monaten versuche aufzunehmen. Aber leider das nicht geschafft habe, weil meine Stimme da nicht richtig mitgemacht hat. Inzwischen geht es wieder. Und ich hoffe, dass ich jetzt endlich dazu komme, das aufzunehmen. Ja, und da werden wir halt einfach eine Geschichte aus dem Hexenuniversum erzählen. Mit der wir hoffen, eben auch die Fans ein bisschen amüsieren, unterhalten zu können. Wir haben also auch uns da ein ganz nettes Drehbuch ausgedacht. Und ja, mal sehen, was dann draus wird, wenn wir das Ganze schließlich und endlich zusammenstöpseln. Weil im Moment sammeln wir also nur die verschiedenen Sprecher ein. Und das Ganze wird dann nachher zusammengesetzt mit Musik und Effekten untermalt und so weiter. Ist das eine bestehende Geschichte oder eine neue? Nee, das ist also was ganz Eigenes. Das haben wir, also ich habe nachher das Drehbuch überarbeitet und so ein bisschen lektoriert. Aber die ursprüngliche Idee stammt also von zwei Leuten, die an dem Projekt beteiligt sind. Okay. Danke schon mal für das Anteasern. Dann noch, bevor wir auf Bernomicon kommen. Du machst ja schon länger Rollenspiele, sage ich mal. Oder bewegst dich in diesem Idee des Produzierens von Rollenspiel. Wie hat das angefangen? Ja, wie gesagt, also damals vor 35 Jahren jetzt inzwischen habe ich das erste Mal gespielt. Und das Ganze hat sich dann eben so weiterentwickelt, dass wir einen Verein gegründet haben. Der dann über mehrere Schritte letztendlich in das gemündet hat, was heute die Gilde der Fantasy-Rollenspieler ist. Und da habe ich, da gehöre ich also zu den Gründungsmitgliedern, habe die auch mehrere Jahre als zweiter und erster Vorsitzender geführt und habe da auch zum ersten Mal viel geschrieben für andere. Nämlich damals für das Vereinsmagazin Windgeflüster. Ich weiß gar nicht, ob man das heute überhaupt noch kennt. Aber damals war das für uns eben so einer der Punkte, der für uns eben sehr wichtig war. Es waren halt die späten 80er, frühen 90er. Das heißt, Internet war noch nicht so weit. Und eine Zeitschrift war die einzige Möglichkeit, eben zum einen mit unseren Mitgliedern zu kommunizieren und zum anderen eben auch Material zu produzieren und das nach draußen zu bringen. Und daraus ist dann eben die Windgeflüster entstanden. Die gibt es rein theoretisch heute noch, aber es ist seit einigen Jahren keine neue Ausgabe mehr erschienen. Letztendlich haben wir, glaube ich, bis ich weg war, waren es irgendwie dann knapp über 40 Hefte. Und das waren die ersten Sachen, die ich wirklich selber geschrieben habe und wo dann eben Rezensionen und Kurzgeschichten und Abenteuer und Essays und ich weiß nicht, was alles rausgekommen sind. Gibt es die Gilde der Fantasy-Spiele noch? Ja, ja, die gibt es noch. Das sind diejenigen, die zum Beispiel hinter dem Fenkon stehen oder hinter dem Morpheus, der jetzt am nächsten Wochenende wieder das Konja einläutet. Es gibt auch noch einige der alten Regionalvertretungen, zum Beispiel in Düsseldorf bei mir in der Nähe, die Kühlbolde, die sind ebenfalls eine Regionalvertretung und es gibt auch noch einige andere. Aber die große Zeit der GFR waren also eher so später 80er und erste Hälfte der 90er. Da war es eben auch noch sehr wichtig, ich sage jetzt mal, sich über so eine Struktur irgendwie zu organisieren. Heute macht man das halt anders. Heute habe ich dafür Facebook-Gruppen oder Google Plus oder, naja, Google Plus habe ich ja nicht mehr lange. Aber Foren zum Beispiel und ähnliches, aber all das gab es ja damals nicht. Und da war das eben tatsächlich eine Möglichkeit, wie man sich vor Ort und auch bundesweit organisieren konnte. Und wie hast du dann angefangen, damit Geld zu verdienen? Da muss ich direkt mal mit einem häufig geäußerten Vorurteil aufräumen, man verdient damit kein Geld. Okay, also bestreitest du einen Teil deines Lebensunterhaltes durch Rollenspiegel? Nein. Okay, also du machst das ganz anderes. Okay, was machst du denn? Ich bin Anwendungsentwickler, also auf gut Deutsch Programmierer in besserer Tonart. Ah, okay. Nein, also ich mache, ich habe einen ganz normalen Job und es ist gerade hier in Deutschland, wo der Markt extrem klein ist, ist es vollkommen unmöglich, wenn man nicht Angestellter eines Verlages ist, seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten, zu schreiben oder zu zeichnen. Das funktioniert einfach nicht. Was man da wirklich zurückbekommt an Geld, wenn man ein Abenteuer zum Beispiel schreibt oder auch andere Texte, das ist also sehr häufig extrem wenig im Vergleich zu dem Zeitaufwand, den man eben betreiben muss, um zum Beispiel zu recherchieren oder mehrere Versionen zu schreiben, zu überarbeiten und so weiter. Also man verdient damit schlicht und ergreifend kein Geld, auch wenn man was dafür bekommt. Aber im Vergleich zu meinem regulären Job, ich habe das mal grob ausgerechnet, aber da komme ich also unter 10 Prozent. Also ich komme nicht mal auf Mindestlohnniveau. Das funktioniert einfach nicht. Leider. Die Träume hatten wir alle, so in den 80ern und 90ern, da haben wir alle gesagt, ja, wir werden das alles machen. Wir machen mal so einen eigenen Verlag und dann schreiben wir nur noch Rollenspiele und wir werden reich und das wird ganz toll. Und ja, hat ja auch super geklappt. Ja. Ja gut, dann ist es nicht einfach. Das hört man ja auch immer wieder. Ich dachte immer, du machst noch irgendwie so direkt damit. Nein. Gerade weil du, okay. Ich bin tatsächlich, ich bin jemand, der wirklich nur schreibt, weil es ihm Spaß macht. Das hat für manche Leute den Vorteil, wenn man mit mir befreundet ist und mir sagt, pass mal auf, ich muss auf die Schnelle hier ein kleines Abenteuer haben oder ich brauche noch irgendeinen Text oder ich brauche jemanden, der diese Übersetzung hier mal kurz gegencheckt. Dann setze ich mich da hin und dann mache ich das. Damit versau ich natürlich jemand anders, der das vielleicht für Geld machen könnte, auch eine Gelegenheit. Ja, das weiß ich. Aber ich bin da ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass man wirklich auf Dauer außer als Verlag vom Rollenspiel schreiben oder über Arbeiten von Texten und so weiter wirklich leben kann. Auch die meisten Leute, die eben wirklich hauptberuflich arbeiten, viele davon machen eben tatsächlich nebenbei noch andere Sachen, ja, lektorieren irgendwelche Texte oder machen noch Übersetzungen und ähnliches. Oder sie sind eben beim Verlag angestellt. Und das ist ja dann nochmal was anderes, dann bekomme ich ja ein Fixgehalt. Ja. Aber Honorare sind verdammt gering. Mhm. Okay. Dann, ähm, kommen wir zum, ich sag mal, Vollgänger oder geistiger Vorgänger vom Veronomikon, Plüsch, Power und Plunder. Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Tatsächlich über die Windgeflüster, also das GFR Magazin, weil, ähm, die damaligen Autoren haben mir in den späten 80ern ein kopiertes Heftchen zukommen lassen, ähm, wo die allererste Version von PP&P drin war. Das Ding sah unsäglich aus und, äh, es waren auch nur ein paar Seiten, es waren nur ein paar Ideen, die irgendeiner zusammengeschustert hatte, aber ich hab damals gesagt, das ist so bekloppt, weil zu der Zeit gab es halt nur, äh, wirklich ernsthaftes Rollenspiel, also DSA, D&D, Shadowrun war gerade so im Aufkommen, ähm, Cthulhu gab's noch. Es gab also nichts, was irgendwo so diesen Unsinnscharakter, dieses lass uns einfach Spaß haben, lass uns Blödsinn am Tisch machen, dass das irgendwie transportierte und, äh, PP&P, äh, ließ einfach, wachte einfach so diesen, diesen Charakter, den es auch später immer wieder hatte, äh, ließ es damals schon erahnen. Und, ähm, danach hab ich erstmal ein paar Jahre nix mehr davon gehört und, äh, dann gab es tatsächlich, äh, in den frühen 90ern die erste Version, ich sag jetzt mal die erste professionelle Version, ähm, vom Face Verlag. Und, ähm, zu denen bin ich dann hingegangen, als ich das gesehen hab, hab ich sofort gekauft, es war jetzt deutlich besser als das, was man vorher schon kannte und dann hab ich zu denen gesagt, äh, ich würde gerne was dafür machen. Wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Gelegenheit habt, dann, äh, machen wir da was. Und, äh, tatsächlich war ich also ein Jahr später, ähm, oder zwei Jahre später, ähm, ich bin nicht ganz sicher, es waren auf jeden Fall 1994, hab ich, ähm, dann mit besagtem Jens Eggert, von dem ich vorhin schon mal gezählt hab, haben wir das erste, äh, Quellenbuch geschrieben, nämlich Berothek, äh, über einen Plüschi, der über die ganze Welt reist und seltsame Erfindungen, äh, entdeckt. Und über die Raumstation der Plüschtiere und was man alles damit, äh, anstellen kann. War ein wunderschönes Buch und wir haben sehr viel Spaß dabei gehabt. Ähm, und das war so der Einstieg tatsächlich, das ist also das erste, ähm, ich sag mal, oder mit eins der ersten professionellen Sachen, die ich wirklich im Rollenspielbereich gemacht habe. Naja, und, äh, dann ein Jahr später oder zwei, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ähm, sollte ein neues Regelwerk raus, weil das alte war einfach ausverkauft. Und dann, äh, haben wir uns mit dem, ähm, Autor dieses ersten Regelbuches getroffen und, äh, haben verabredet, okay, was wollen wir ändern, wie soll das Ganze, äh, sich in der neuen Auflage jetzt anpassen. Und, ähm, zu der damaligen Zeit hieß es noch, okay, Ralf, du schreibst den Hintergrund, der Norbert, das war Norbert Mattausch, der ursprüngliche Autor, du schreibst die Regeln. Ähm, außerdem haben wir noch Steffen Schütte, ich weiß nicht, ob der jemandem noch was sagt, der hat, äh, für Cthulhu sehr viel gemacht, der schreibt ein Abenteuer und, äh, Tom Finn kann uns noch unterstützen, der schreibt noch eine Kurzgeschichte. Also, so fing das Ganze an und innerhalb von, ähm, den nächsten Monaten, äh, ich hatte meinen Hintergrund schon fertig, dann hieß es, sag mal, äh, kannst du vielleicht noch ein Stückchen von, äh, von den Regeln machen, den und den Teil, mehr nicht. Und ich so, ja, okay, ich nehm die Regeln auch noch. Und dann, ja, äh, kannst du vielleicht den Teil auch noch machen. Und letztendlich war also nachher eine Kurzgeschichte von Tom Finn drin, ein Abenteuer von Steffen Schütte und der Rest war von mir. Ich hab also das ganze Regelwerk damals geschrieben, das ist, äh, damals dann bei Fanpro rausgekommen, ähm, wo man sich also, äh, auch große Hoffnungen gemacht hat, aber, naja, das ist nicht ganz so gut gelaufen, Also, zumindest für Fanpro-Verhältnisse war das Spiel einfach zu klein. Und, äh, ist dann auch kurze Zeit danach, ähm, ja, ist es eingegangen, nicht mehr weitergeführt worden, wie auch immer man es nennen will. Hm. Ähm, ja, und dann gab es etwas später, ähm, hat Games In das Ganze übernommen. Das war ein Münchner Verlag, der inzwischen also nicht mehr existiert. Äh, für die Leute, die ihn kennen, da war der Striezel, der Chef. Der Striezel, das war also so eine ganz besondere Persönlichkeit, wenn man mit dem mal zu tun hatte. Mhm. Weil, ähm, der konnte einem, der hatte wirklich so dieses, äh, der redete in einer Tour, ohne Punkt und Komma, und erzählte einem, was er alles toll fand und was man jetzt machen müsste. Und, äh, wie man das angehen müsste und warum man das angehen müsste. Und dann wieder, ja, aber das müsste da noch rein. Und ich versuchte das dann auch irgendwie zu erfassen, was er mir sagen wollte. Und es war auch völlig egal, der hat auch E-Mails so geschrieben, da gab es dann schon E-Mails. Ähm, und der hat auch am Telefon so mit mir geredet und auch im direkten Kontakt. Und ich brauchte danach immer Minuten, um herauszufinden, okay, was wollte er dir jetzt gerade sagen? Der wollte dir jetzt sagen, genau, das sollst du jetzt machen. Dann hab ich das nochmal so aufgeschrieben und ihm dann zurückgeschickt oder ihm nochmal gesagt. Und, äh, ja, ja, genau, ja, so muss das sein. Oder machst du das so, schreibst du mir noch hier was Schönes und da. Und ich so, mhm, alles klar. Und, äh, tatsächlich hab ich dann bei GamesIn noch zwei weitere Editionen geschrieben, ähm, die ich jetzt aber tatsächlich alleine betreut habe und bei denen ich auch ein bisschen mehr ändern durfte. Weil, ich fand zwar die Grundidee toll, aber ich fand die Regeln teilweise immer schon schrotig. Das war echt mies, was da teilweise stand. Und, äh, da durfte ich jetzt ein bisschen dran ändern. Und, äh, den Hintergrund durfte ich leider nicht ändern. Da passten mir nämlich auch einige Sachen nicht, die gefielen mir gar nicht. Aber da bestand da drauf, das muss so bleiben. Naja, und letztendlich, ähm, wir haben dann also 2007 die letzte Ausgabe gemacht. Und, ähm, das ist auch ein Spiel, wo ich dann nachher sagen kann, jo, da stehe ich hinter. Insofern, dass der Hintergrund einfach so ist, wie er ist. Mhm. Ähm, aber von den Regeln und von dem, wie es geschrieben ist und was drin ist und was es einem spielerisch bietet, das ist wirklich das Spiel, was PP&P sein kann. Mhm. Ich hab mal ne Frage. Es gibt ja, ähm, die erste, zweite, dritte und vierte Edition. Mhm. Und ich hab jetzt ne Info gefunden, dass die zweite Edition 2007, aber die dritte und vierte 2004? Ja, das ist ein bisschen durcheinander geraten. Also, äh, tatsächlich ist es, äh, ist es so, es gibt, äh, die allererste waren, wie gesagt, die, äh, diese gefalteten Heftchen. Ja, dieses geklammerte, äh, Maschinengeschriebene aus den 80ern. Die erste wirklich professionelle war 92 von Face Publishing. Mhm. Die zweite Auflage war dann 95 Fan Pro. Ähm, dann gab es eben ein neues PP&P, das war 2003. Äh, und das war dann regulär eigentlich die dritte Auflage oder die dritte Ausgabe. Aber, ähm, die wurde eigentlich nicht unbedingt so bezeichnet. Und 2007, die wurde dann tatsächlich als zweite Ausgabe bezeichnet. Nämlich dieses Regelwerks von, äh, Games In. Aber regulär sind das tatsächlich die fünf Ausgaben, die es von dem Spiel gibt. In dieser Reihenfolge. Ja. Und, ähm, es gibt ja, äh, dann verschiedene Covers. Es gibt ja einmal dieses, äh, mit diesem Hasen drauf, gelbe Schrift. Und dann gibt es das, was ich kenne, das ist diese grünen, sag ich mal, dieses grüne, äh, Hintergrunddings, was meiner Meinung nach irgendwie gefühlt das letzte war, was rauskam. Ähm, das mit dem, mit dem Tarzan, äh, Plüschi oder das mit dem, der da auf dem Thron sitzt? Nee, mit dem Pömpel. Mit dem Pömpel? Jetzt überlege ich, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Alter, ich schick dir mal hier, ich kann dir ja mal so einen Link schicken, da. Ja, drück mal da drauf und dann siehst du den Pömpel. Ja, das ist die letzte, genau. Ach ja, genau, ach, Thron, Blödsinn. Nein, äh, hab ich verwechselt, Entschuldigung. Ja, das ist die letzte. Das sind die, aber die du gemacht hast. Genau, das ist diejenige, wo ich sage, das ist die, ähm, Richtige, das ist die, wo also die Regeln dann wirklich so weit, äh, gereift waren, dass man damit wirklich sauber spielen konnte. Hm, aber zudem gab es dann keine Erweiterung mehr. Da gab es nur noch ein Abenteuer, ähm, das war aber, das war aber so ein komisches Teil, weil das Abenteuer kam mal nochmal separat, äh, ist aber eigentlich auch schon in dem Band drin. Das kam aber separat, falls jemand mit dem Alten weiter, äh, gehen wollte. Das ist das, wo die, ähm, oben im Dings aufwachen, ne, in dem Abstellraum. Genau, die werden in so einem Abstellraum wach und müssen sich dann gegen die Hauskatze wehren und so weiter. Klassisch, klassisch das P, P und P, weil, äh, sowas hat man immer gerne gemacht. Und, äh, das ist tatsächlich das Letzte, was rauskam. Danach fing ich dann nochmal an, mit, äh, Striezel zu sprechen, weil, äh, ich hatte noch eine Idee im Kopf, und zwar eine Idee, ähm, die ich eigentlich schon sehr lange machen wollte. Und zwar wollte ich das Horrorquellenbuch für P, P und P schreiben, das Beronomikon. Das hab ich ihm dann auch erzählt, und er fand das auch toll, und, äh, er brauchte aber noch ein Kartenspiel dazu, und ich dachte, was für ein Kartenspiel, was will er von mir? Ja, ja, so Kartenspiel dazu, das wär total cool, dann hätten wir sowas wie das Zambeln, das hatten wir ja in dem einen drin, und jetzt hätten wir noch eins, und dann hätten wir vielleicht so ein Horrorkartenspiel, da könnte man total schöne Grafiken für machen, und ich so, was will er? Ja, ähm, aber bevor das also wirklich so weit gekommen ist, ähm, hatten wir es, äh, 2010, und 2010 hat er seinen Laden dicht gemacht. Also, er verschwand dann auf einmal, er war nicht mehr auf der Messe, ähm, er kommt aus München, ich hab dann, ähm, einen Freund in München auch mal angesprochen, ich sag, was ist mit dem, ist irgendwas passiert, oder hat der einfach aufgehört, weil, der war auch schon so im Rentenbereich, ähm, Alter, ja, und da sagte der, nee, der hat aufgehört, also das ist, äh, der hat tatsächlich Schluss gemacht, auch der Laden ist dicht, ähm, der hat dann noch eine Weile Sachen vertrieben, aber der Verlag wurde nicht weitergeführt. Okay, so. Bei den, den Laden Games-In gibt's ja noch, also die haben auch noch eine Homepage und, und so einen Online-Shop. Ja, ja, äh, äh, den Laden, also den, 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 den Laden gibt's aber nicht mehr, soweit ich weiß, äh, aber es gibt noch diese Homepage, wobei ich nicht weiß, ob die also wirklich noch aktiv ist, ähm, aber der Striezel, der hat ja so ziemlich alles aufgekauft, was, was ihm unter die Finger kam, und, äh, der hatte zum Beispiel die erste Auflage von Siebte See hatte er, der hatte mal Earthdawn, der hatte Cyberpunk, äh, und, äh, der hatte auch ein Riesenlager mit anderem Zeug, und das hat er alles verkauft, ähm, dann aus seinem Laden heraus, und ich weiß nicht, was davon jetzt noch übrig ist, ähm, auf jeden Fall hab ich also überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihm, und, äh, ich hab mal versucht, ihn noch zu erreichen, aber, ähm, das hat also alles nicht mehr funktioniert, ich kriegte also dann keine Antwort mehr zurück. Also ich hab mal geschaut nebenbei, also die Seite gibt's noch, äh, er sagt halt kein Lagerverkauf mehr, sondern nur noch online und macht halt einen Shop mehr oder weniger. Ja. Mehr hat er nicht. Oh ja. Okay, dann, ähm, das nicht mehr, und dann staßt du da, warst du da mit deiner Idee über das Bironomicon. So ungefähr. Das Problem war vor allem, ich hab zwar seit, äh, 95 alles geschrieben, aber letztendlich, äh, waren das immer Auftragsarbeiten, und ich wusste ganz ehrlich auch nicht, wem die Rechte am Namen PP&P gehörten, und da wir den Striezel auch, ich hab's also auch mit mehreren Leuten versucht, ähm, wir haben den Striezel aber einfach nicht erreicht, sodass wir das auch nicht klären konnten, und, ähm, naja, dann hab ich mal so angefangen zu überlegen, was ich jetzt machen könnte, und, äh, meine Idee war tatsächlich, ähm, den ganzen alten Hintergrund, der mir, wie gesagt, eh nicht gefiel, einfach über Bord zu werfen und zu sagen, ich mach was ganz Eigenes. Und zwar nehme ich mir die Grundidee dieses, ähm, Horrorquellenbandes, das heißt, ich mixe also so ein bisschen, äh, Horror, ich mixe ein bisschen Humor, ich mixe Plühstiere, baue da aus dem Ganzen eben einen Band und nenne das Ganze Beronomikon, also abgeleitet vom Necronomikon, ähm, und versuche mal mein Glück, ob ich da in irgendeiner Form jemanden für interessieren kann. Und, ähm, dazu muss ich sagen, also eine der, einer der Auslöser dafür war dann auch noch, ähm, ein Savage Worlds, ähm, Setting, was bei einem Setting-Wettbewerb mal gewonnen hatte, äh, das hieß Teddy's Nightmare, ähm, da hab ich mit dem Autor damals Kontakt aufgenommen, hab auch mit Prometheus Games damals Kontakt aufgenommen und gesagt, hier, wie wär das, könnte man eventuell, ähm, dieses Ding unter einem anderen Namen mit ein bisschen erweitertem Hintergrund und so weiter, könnte man das eventuell, äh, als Savage Worlds Setting rausbringen und so nahm das Ganze eben seinen Anfang. Mhm. Aber da ist es dann eben nicht beigeblieben. Okay, ähm, was gefiel dir denn am Hintergrund nicht? An dem alten P, P und P? Ja. Ähm, also zum einen, ich fand den ganz, die ganze Geschichte um die Wollworter, also diese Aliens, fand ich ein bisschen absurd. Ähm, und viele der Sachen, die die Plüschis konnten oder nicht konnten, fand ich immer so ein bisschen seltsam. Weil, äh, ich hab mir, also ein Plüschtier immer so ein bisschen anders vorgestellt. Ich fand einige Sachen total toll, zum Beispiel das mit den, äh, mit der Waschmittelabhängigkeit, das fand ich absolut grandios. Äh, aber dass sie zum Beispiel in keinster Form irgendwie, äh, was essen konnten, aber trotzdem so taten und, dass sie eigentlich so ein bisschen ziellos waren. Es gab irgendwo keine Sache, wo ich jetzt sagen konnte, ähm, das ist jetzt ein lebendes Plüschtier und es hat das und das Ziel. Das ist für mich immer sehr wichtig, dass ich sage, wenn ich für irgendetwas schreibe, dann möchte ich gerne wissen, wo es hingeht. Und das wusste ich bei PP&P eigentlich nie. Da konnte ich alles und nix. Und darum habe ich irgendwann dann gesagt, ich möchte, das Erste, was ich jetzt brauche, ist tatsächlich ein Ziel für meine Plüschtiere. Und das habe ich dann gefunden eben mit, äh, Teddys Nightmare, weil in diesem Fall waren die Plüschtiere tatsächlich, äh, die Beschützer der Kinder. Und das, das fand ich so passend und da habe ich gesagt, du Idiot, dass du da nicht früher drauf gekommen bist und sie kämpfen gegen den schwarzen Mann. Und der schwarze Mann ist eben diese Gestalt im Schatten, der, den man nie wirklich sieht, der immer wie so eine schwarze, äh, düstere Gestalt irgendwo steht, ähm, und der hinter allem steckt, was also böse auf dieser Welt ist, so ungefähr. Und der, und der eben ein besonderes, äh, Verhältnis zu Kindern hat, der also besonders gegen die vorgeht. Und das fand ich, das fand ich eine Idee, wo ich gesagt habe, yo, da kann ich mit, da kann ich mit arbeiten, da kann ich was draus machen. Und, äh, ich habe dann also angefangen, ähm, mit diesem Material da zu arbeiten und so ein bisschen das Ganze weiter zu spinnen. Und, äh, wie es aber nun mal so ist, ähm, das Ganze entwickelte sich dann weiter und, äh, Savage Worlds erschien mir also auch nicht mehr als der richtige, ähm, Regelhintergrund. Mal ganz abgesehen von Problemen mit Prometheus und so weiter. Und so bin ich dann hingegangen und habe gesagt, ich mache da jetzt wirklich was Eigenes draus. Das heißt, ich mache eine eigene Welt, ich mache eigene Regeln dafür, ähm, und das ist ein unglaublich langwieriger Prozess. Das habe ich gemerkt, aber, ähm, ich bin also jetzt eigentlich an so einem Punkt, wo ich sage, ich kann jetzt tatsächlich auch mit den Regeln, wie ich sie jetzt habe, wie ich sie also mehrfach schon getestet habe und immer wieder überdacht habe, äh, kann ich jetzt einigermaßen leben. Jetzt kann ich tatsächlich mal, ähm, in so eine Art Beta-Test gehen. Hm. Wann hast du angefangen mit, äh, Bironomicon, also mit dem Entwickeln der Regeln? Also das Entwickeln der Regeln mache ich jetzt ungefähr seit, äh, vier Jahren, ähm, weil, wie gesagt, anfangs sollte es Savage Worlds sein und dann wollte ich davon eben weg. Und dann habe ich mich halt gefragt, was muss so ein Regelsystem wirklich können? Und, äh, mir war ziemlich schnell klar, ich wollte ein Regelsystem, bei dem die Plüschtiere die Helden sind. Hm. Das heißt, es sollte nicht irgendwie besonders tödlich sein, es sollte eher so sein, dass die Plüschtiere sich selber, äh, ihre Möglichkeiten schaffen können. Und dann, nachdem ich eine Zeit lang mit sowas wie Würfelspeichern und ähnlichen Sachen überlegt habe, also, dass ich mir Würfelergebnisse, äh, aufheben kann und ähnliches, äh, bin ich dann tatsächlich bei einem kartenbasierten System geblieben. Das heißt, ähm, ich habe als Spieler Karten auf der Hand und, äh, kann also so ein bisschen Handmanagement machen, kann mir gute Karten zurückbehalten, ähm, bekomme aber auch immer wieder Karten und, äh, dazu kann das Ganze auch nochmal beeinflussen, äh, indem ich also, äh, so eine Art, äh, Bennys ausspiele. Die heißen dann in dem Spiel Knöpfe und, ja, das war so der Anfang des, äh, ersten Systems, was ich also hatte, ähm, und, äh, die erste Version war eigentlich schon ganz okay, aber ich, äh, hatte immer wieder Probleme damit, die Spielleiterseite darzustellen, weil als Spielleiter habe ich anfangs auch mit Karten gespielt. Mhm. Und das wurde immer mehr zum Problem, weil ich gemerkt habe, während die Spieler sich gegenseitig unterstützen können und, äh, auch mit den Karten wirklich haushalten und hantieren können, konnte ich das als Spielleiter nicht. Mhm. Äh, äh, und dann bin ich also hingegangen und hab tatsächlich, ähm, das Spiel ein bisschen gedreht und, ähm, hab mich jetzt, bin also hingegangen und hab so eine Art, ja, ich sag jetzt mal asynchrones Spiel gemacht, nämlich, dass Aktionen, und Reaktionen und so weiter nur noch von den Spielern ausgehen. Und dass ich als Spielleiter, ähm, zum einen erzähle, also die Geschichte vorwärts bringe und zum anderen eben Hindernisse in den Weg stelle und meine Spieler auffordere, macht etwas. Und ich weiß dann, was sie würfeln müssen, beziehungsweise in dem Fall nicht würfeln, sondern welche Erfolg, wie viele Erfolge sie erzielen müssen, um eben eine bestimmte Aufgabe zu schaffen. Mhm. Und das kann ich aber auch dynamisch anpassen. Und seit ich diesen Kniff letztendlich habe, ähm, war das also, das war eigentlich der Moment, wo ich erkannt habe, okay, jetzt funktioniert was, jetzt wird was draus. Mhm. Also die, die Spieler, die haben praktisch ihre Handkarten. Genau. Und darauf stehen denn sozusagen, wie viele Erfolge sie haben. Ja und nein. Also man spielt tatsächlich die Regeln, ganz kurz gesagt, man spielt mit Handkarten, man hat die vier Farben, das sind ganz normale Pokerkarten oder Rommelkarten. Und, ähm, jede Farbe steht für eine, äh, für ein Attribut. Wenn ich jetzt zum Beispiel herausfinden will, ich will, keine Ahnung, äh, einen Raum durchsuchen und ich möchte herausfinden, was ich finde. Das wäre eine Aktion, die mache ich mit, äh, Hirn. Das habe ich also ein Karo, das steht für Hirn. Und ich habe jetzt zwei Karo auf der Hand. Mein Wert für, äh, Hirn besteht, äh, ist eine Vier. Ich bin außerdem ein Bücherwurm. Das gibt mir nochmal einen Bonus von zwei. Und ich habe meine Lesebrille dabei. Das gibt mir nochmal einen Bonus von eins. Mhm. Das heißt, ich ziehe sieben Karten vom Zugstapel. Jetzt habe ich insgesamt zwölf Karten auf der Hand. Und ich kann von denen jetzt bis zu sieben Karten ausspielen, um damit Erfolge zu erzielen. Weil am Ende muss ich wieder bis auf fünf Karten runter sein, weil das ist meine Handgröße. Mhm. Auch weniger, oder? Nee, ich muss immer genau auf die Handgröße kommen. Ah, okay. Das heißt, so viel wie ich ziehe, so viel kann ich auch einsetzen. Ah, okay. Also, das ist natürlich jetzt eine ganz, ganz kurze und geraffte Version. Aber das ist so die Grundbasis der Regeln. Also, die Karten, die ich schon am Anfang auf der Hand habe, die zählen am Anfang noch dazu. Einfach nur zwei Karten, Caro, egal was draufsteht. Nee, ich kann dann aussuchen. Ich habe dann ja zwölf Karten bei dem Beispiel. Fünf muss ich behalten. Aber wie kommst du, du hast am Anfang fünf. Dann willst du was tun. Genau, ich will was tun. Jetzt gucke ich, wie viel kann ich nachziehen. Ich weiß, ich kann sieben nachziehen. Aber wie kommst du auf die sieben? Das ist der Wert meines Attributs, Hirn. Ja. Das ist, sagen wir mal, jetzt eine Vier. Ja. Und der, das ist ... Ah, ja, genau. Einmal Bücherwurm und einmal die Brille. Okay, jetzt habe ich. Genau, und dann habe ich sieben Karten. Die darf ich jetzt auf die Hand nehmen. Und jetzt kann ich auch bis zu sieben Karten wieder ausspielen. Ja, wenn ich also jetzt Karten mit Caro habe, so viele, dann kann ich so viele Erfolge erzielen. Habe ich weniger Karten in Caro, kann ich eben nur weniger Erfolge erzielen. So. Und Erfolge bedeutet in dem Fall, jede einzelne Karte ist ein Erfolg. Und dann bekomme ich, äh, ich bekomme dann mehr Erfolge, wenn ich eine Bildkarte habe, also Bube, Dame, König. Das sind immer zwei. Wenn ich Straßen habe, bekomme ich mehr Erfolge, nämlich die Länge der Straße nochmal extra. Und wenn ich ein Pasch habe, also zwei gleiche Karten, weil man spielt immer mit zwei Decks, also einem kompletten Rommee-Spiel. Ähm, dann bekomme ich nochmal, äh, einen Bonus. So, und dann habe ich bestimmte, äh, eine bestimmte Anzahl von Erfolgen. Die sage ich jetzt dem Spielleiter. Und der Spielleiter kann dann entscheiden, okay, der hat fünf Erfolge, nur mal als Beispiel. Was findet er denn jetzt, wenn er den Raum durchsucht? Dann sage ich, okay, du findest hier, da in der Ecke, da liegt, äh, ein riesiger Haufen, äh, Staubflusen. Aber in der anderen Ecke, da siehst du plötzlich Geldmünzen. Und, äh, die werden hier, das würdest du eigentlich hier nicht erwarten, dass hier Geld so einfach in der Ecke rumliegt. Mhm. So, und wenn er dann fertig ist, dann schmeißt er alle Karten weg, die er eingesetzt hat. Und er darf dann fünf Karten noch auf der Hand behalten. Alle überzähligen muss er wieder abwerfen. Mhm. Und so wird das Spiel, so geht das eben immer weiter. Aber ich als Spielleiter, ich mache nie, äh, irgendwas mit den Karten. Sondern ich muss tatsächlich immer nur sagen, was, äh, was machst du jetzt? Oder was kommt raus, wenn du, wie viele Erfolge erzielst du? Was bedeutet das? Und auch Kämpfe laufen letztendlich so ab, dass ich weiß, was muss er erreichen, um, äh, den Gegner zu treffen. Und das kann ich eben auch ein bisschen variieren, äh, nach bestimmten Regeln, nach Besonderheiten, die der jeweilige Gegner dann hat und so weiter. Damit es nicht so langweilig wird, äh, und so, und, äh, damit kann man eigentlich schon ein ganz gutes Spiel hinkriegen. Also, das haben wir auch... Und die Gegner reagieren dann praktisch nur, also wenn man nicht trifft, der Angriff, dann macht der Gegner dafür Schaden, oder? Genau. Also, es wird praktisch verglichen und derjenige, der, ähm, weniger Erfolge hat, der bekommt dann Schaden. Mhm. Machen die Gegner auch einen extra Angriff, oder nicht? Das können sie, wenn sie entsprechende Besonderheiten haben. Wenn sie, solange sie nur im Nahkampf sind, passiert das normalerweise nicht. Aber es kann eben auch sein, dass da, äh, ein Gegner auch mal die Besonderheit hat, dass er zum Beispiel am Anfang der Runde einen, keine Ahnung, er ist ein Zauberer, er kann einen Feuerball werfen oder ähnliches. Das heißt, auch solche Sachen sind also möglich. Ähm, genauso wie auch von den Regeln her vorgesehen ist, dass ich zum Beispiel mit fünf Plüschis gegen eine Katze kämpfen kann. Eine Katze ist schon ein verdammt mächtiger Gegner, weil die ist groß und, äh, gegen die kann ich normalerweise nicht gewinnen. Aber wenn ich eben mit fünf Gegnern, äh, also mit fünf Plüschis dagegen angehe, dann geht das schon. Wichtig ist dabei, in einer Runde, Beronomikon stirbt man normalerweise nicht. Mhm. Also, um da zu sterben, muss man tatsächlich schon, äh, einmal ausgeschaltet sein. Also, das wird über eine Wert namens Energie, ähm, wird das gerechnet. Wenn der auf Null sinkt, bin ich aus der Szene raus. Kehre ich dann zurück, dann überanstrenge ich mich sozusagen, dann kann ich tatsächlich sterben. Ähm, aber, äh, ansonsten sollte man eigentlich dabei auch nicht sterben. Das Ganze soll ja auch letztendlich kein tödliches Rollenspiel sein, sondern es soll tatsächlich ein Spaßspiel sein. Und, äh, man soll eher Hindernisse überwinden. Und wenn ich eben mal eine ganze Gruppe ausgeschaltet habe, dann, äh, weil die Katze einfach zu stark war, dann, äh, habe ich jetzt nicht fünf kaputtgerissene Plüschtiere da irgendwo in der Ecke liegen, sondern, äh, da sind einfach fünf erschöpfte Plüschtiere, die sich jetzt irgendwie noch gerettet haben. Und die können jetzt ihre Abenteuer weitermachen. Hm, okay. Und wie wurden die Plüschis erweckt? Das verrate ich nicht. Oh, okay. Ich kann auch sagen, ich kann auch sagen, warum. Ähm, so viel kann ich verraten. Ähm, letztendlich ist es für den Spiel, für das Spiel erstmal egal. Aber es ist ein Teil immer, wer es möchte, es ist immer ein Teil dieser Spielwelt herauszufinden. Es gibt immer einen Erschaffer, also jemanden, der die Plüschis erschaffen hat. Und es gibt immer den schwarzen Mann. Aber was der schwarze Mann ist, das kann sich der Spielleiter überlegen. Hm. Ähm, der bekommt mehrere Hinweise dazu, bekommt dann eben auch, äh, Ideen, wie er das einsetzen kann. Und das Ganze ist auch wirklich so gedacht, äh, dass man tatsächlich auch komplett verschiedene Hintergründe hat, ähm, die man eben auch komplett anders einsetzen kann. Das Schöne ist dabei, ich kann es auch einfach ignorieren und kann dann sagen, okay, bei diesem Abenteuer nehme ich jetzt, äh, keine Ahnung, ich bleibe jetzt mal bei den Aliens. Ja, äh, nehme ich jetzt mal den Hintergrund der Aliens, weil ich den gerade so bekloppt finde. Aber in der nächsten Woche, äh, da ist der schwarze Mann eben Nyalatotep, also ein Cthulhuider-Gott. Und, äh, in der Woche davor war es ein böses Alien. Und ich glaube nicht, dass es irgendjemanden stören wird. Wenn man aber wirklich eine Kampagne spielen möchte, dann bekommt man eben tatsächlich die Möglichkeit herauszufinden, wer ist jetzt der schwarze Mann? Und wer hat uns überhaupt erschaffen? Und, äh, da sind, also, ich hab bis jetzt drei Hintergründe, ähm, die werden auch im endgültigen Regelwerk drin sein. Ähm, und die kann man sich dann eben raussuchen und sich das nehmen, was einem selber am besten gefällt, wo man das Gefühl hat, das kann ich am besten spielen, das macht mir am meisten Spaß oder das ist so absurd, das muss ich einfach haben. Mhm. Wird es die Möglichkeit, äh, äh, ähm, kann man mit jedem Spielzeug-Kuscheltier spielen oder ist es nur auf, sie müssen 100% auf Plüsch sein oder kann man auch Monchi-Cheese oder eine Actionfigur nehmen? Also, es ist tatsächlich eher auf Plüschtiere ausgelegt, weil viele Sachen, ähm, sind halt tatsächlich darauf basierend, dass es eben, äh, fluffige Helden sind. Ja, äh, äh, man kriegt also Spezialfertigkeiten, äh, wo man zum Beispiel, äh, mit seiner Füllung, ähm, wie ein Flummi springen kann oder ähnliches. Wenn ich jetzt sage, okay, das kann ich auch mit meinem Monchi-Cheese oder ich kann das auch mit anderen Sachen, klar, kann ich das machen, äh, wenn ich jetzt Big Jim und Barbie gemeinsam auf Arbeit, Abenteuer ausziehen lassen möchte, geht das mit Sicherheit auch, da muss ich die Regeln halt ein bisschen anpassen. Ich muss dazu sagen, ähm, wir sind im Moment halt tatsächlich noch in der Beta-Phase. Also, ich bin im Moment dabei, ähm, ich hab gestern also quasi den, äh, Spielerteil des Regelwerks zu Ende geschrieben, ähm, das möchte ich jetzt demnächst dann auch wirklich freigeben, dass Leute sich das angucken können und mir auch Rückmeldungen geben können, weil, äh, ich hab bis jetzt also immer gemerkt, jedes Mal, wenn ich das Spiel irgendwo ausprobiert habe, dann hab ich auch gemerkt, da funktioniert einiges hervorragend, aber einige Sachen funktionieren zum Beispiel gar nicht. Ja, also, ich nehm mal ein kleines Beispiel raus, ähm, ich hab eben geschildert, wie so eine, äh, Aktion abläuft. Das ist aber sehr aufwendig. Das macht man dann, wenn's notwendig ist. Ich hatte aber noch keinen Mechanismus drin, wo ich einfach mal sagen kann, ähm, was weiß ich, du hast jetzt gerade, äh, erfahren, ähm, dass du von jemandem verdächtigt wirst, ein, äh, Agent, äh, des Plüschi-Untergrundes zu sein und, äh, der spricht dich direkt drauf an, mach mal bitte ne Probe auf dein Herz, das ist auch wieder ein Attribut, ähm, ob es dir gelingt, deine Gesichtszüge unter Kontrolle zu halten. So, und dann brauche ich einen schnellen Probemechanismus. Und den hatte ich zum Beispiel bis zum letzten Mal, hatte ich den nicht. Und, äh, der wird jetzt zum Beispiel also auch neu, äh, in der endgültigen Regel drin sein, dass ich da tatsächlich einfach nur ein paar Karten ziehe und dann weiß, Okay, ich hab's geschafft oder ich hab's nicht geschafft. Mhm. Und, ähm, solche Sachen sind mit Sicherheit noch Dutzende da drin. Also so diese kleinen Macken und auch die größeren Macken, ähm, die mir jetzt gar nicht auffallen, wo aber jemand anders, äh, drauf guckt und sagt, was tust du da eigentlich? Das funktioniert doch alles nicht. Äh, was passiert denn, wenn das, wenn das einer, wenn einer das macht? Oder wenn einer so und so das kombiniert? Das funktioniert doch alles hinten und vorne nicht. Genau für solche Sachen möchte ich dann eben tatsächlich nur offene Beta anbieten. Das heißt, jeder kann sich das Regelwerk angucken. Ich werde auch noch ein Abenteuer dazu veröffentlichen, sodass man das auch direkt, äh, anspielen kann. Und ich hoffe, dass ich dann eben auch Rückmeldungen bekomme, ähm, die mir sagen, hier, da musst du nochmal ran. Mhm. Mhm. Und in wel, wie planst du die Veröffentlichung? Also in welchem Zeitraum? In diesem Jahr? Im nächsten? Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Also ich weiß, äh, wo es erscheinen wird. Das ist nämlich beim Verlag System Matters. Ah ja. Weil, äh, weil, äh, mit denen bin ich also schon seit einigen Jahren in Kontakt, ähm, und, äh, die haben auch gesagt, sie möchten das auf jeden Fall machen. Zum Glück für mich haben die so viel anderes Zeug, dass die nicht darauf angewiesen sind, dass ich mit meinem Regelwerk jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten um die Ecke komme. Ähm, ähm, aber ich hoffe eigentlich, dass wir also dieses Jahr wenigstens, äh, ein fixes Regelsystem haben, wo ich dann, ähm, wirklich nur noch ans Schreiben gehen muss. Und, äh, äh, wo dann eben die Hintergründe dazu kommen und noch einiges andere. Was dann, wie das dann genau erscheinen wird, darüber haben wir zwar schon mal gesprochen, aber dafür ist es auch einfach noch zu früh, äh, das zu machen. Ähm, klar ist, es soll auf jeden Fall ein einfaches Regelwerk sein, das heißt, es soll so sein, wenn man das einmal begriffen hat, muss man nicht dauernd noch das Regelbuch rausholen, sondern, äh, man kann einfach mit dem Charakterbogen und einer Kurzregel kann man einfach drauf losspielen und, ähm, alles Weitere muss sich eigentlich vollautomatisch ergeben. Darum ist es mir eben auch wichtig zu sagen, ich habe eine Grundregel, beziehungsweise in meinem Fall zwei, nämlich die Probenregel und die Aktionsregel und die müssen überall greifen. Also egal, was ich mache, äh, diese Regeln müssen die Grundlage fürs ganze Spiel sein, weil ich finde Spiele grauenvoll, wo ich mir für jeden Regelkomplex wieder was Neues lernen muss. Und dann, ja, was willst du jetzt machen? Ja, ich möchte zaubern. Ja, dann musst du jetzt, äh, keine Ahnung, ein Pokerdeck nehmen, so wie bei Deadlands. Da habe ich plötzlich einen ganz anderen Regelmechanismus, als ich, äh, habe, wenn ich jemanden erschießen will. Und, ähm, das finde ich immer, ich sag mal, nicht besonders intuitiv und auch so ein bisschen frustrierend, weil ich für jeden neuen Charakter was Neues lernen muss. Ne, okay. Ähm, habt ihr, du hast gesagt, ihr habt schon mal grob gesprochen, macht ihr so, ich sag mal klassisch Systemetta, so eine Vorbestelleraktion oder geht ihr so Richtung Crowdfunding oder ist das noch offen? Es ist eigentlich noch offen, wobei die Tendenz, ähm, ging damals schon in die Richtung eines Crowdfundings, weil man kann, die Frage bei so einem Spiel ist, man weiß nicht, wie viele Leute das wirklich interessiert. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute sagen, hey, lebende Plüschtiere, total cool, will ich haben. Ja, ähm, aber was mache ich dann? Ja, kann ich, keine Ahnung, eine Tausendeauflage machen, äh, eine Fünfhunderter, eine Zweihunderter, ich weiß es nicht. Und, ähm, man muss ja sagen, ein Crowdfunding ist, oder auch eine Vorbestelleraktion, äh, egal, wie man es jetzt nennt. Es ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, um festzustellen, ist das, was ich hier mache, überhaupt für irgendwen interessant? Mhm. Ja, wir haben vorhin über Hexen kurz gesprochen, ich hätte nie erwartet, dass Hexen so durch die Decke geht. Ja. Also, da hätte ich gesagt, ja, das ist ein schönes Spiel, das wird auch seine Kundschaft finden, aber, ähm, das wird nicht jetzt irgendwie ein, äh, Crowdfunding mit über 100.000, äh, Euro. Ähm, ähm, da hinter sich bringen, sondern, ähm, das wird einfach so ein kleines Nebensystem sein. Ob das jetzt so durch die Decke gegangen ist, das hat mich auch sehr gewundert. Mhm. Und darum, ich vermute, es wird eher so in diese Richtung gehen, weil man einfach auch nicht sagen kann, ähm, was da, ich sag mal, wie viel Interesse herrscht zum einen und, äh, herrscht zum Beispiel auch Interesse daran, ja, was weiß ich, über separate, äh, ich bleib jetzt mal bei deinem Beispiel, ja, äh, Big Jim und Barbie kämpfen gegen das Unrecht. Als Erweiterungsband, ähm, haben die Leute daran auch Interesse, haben die Leute vielleicht Interesse an einem, äh, Bärchenkartenspiel, ja, weil man muss ja mit Karten in diesem Fall spielen. Das, äh, wäre jetzt die Frage, meine Frage aufgewiesen, würde es ein schönes Deck dafür geben, ein Pokerdeck? Also, wenn man, wenn man mich fragt, ja, ich würde es unheimlich gerne machen. Ich würde unheimlich gerne wirklich so ein, äh, weil die Farben stehen ja jetzt auch noch für verschiedene Eigenschaften, ja, also Pik steht für Muskeln, äh, Kreuz für Geschick, Herz steht für Herz. Und Pik, äh, Karo steht für Hirn. Das heißt, ich könnte zum Beispiel mir vorstellen, äh, dass ich also Bube, Dame, König jeweils diesen Farben entsprechend darstelle. Das heißt, bei Pik habe ich so Muskelmenschen und, äh, bei, äh, Herz habe ich also irgendwelche, ähm, ja, Bartentypen oder ähnliches. Oder vielleicht verrückte Wissenschaftler im Falle von Hirn. Das muss man sich alles angucken. Wir hatten auch die Idee zum Beispiel ein vereinfachtes Regelwerk zu machen, also ein nochmal vereinfachtes Regelwerk für Kinder, ähm, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das also auch ein Spiel ist, was für Kinder gut funktioniert, weil die dann die Abenteurer ihrer, äh, ihrer eigenen Plüschtiere tatsächlich nachspielen. Muss man aber wirklich alles mal sehen, äh, im Moment sind wir auf jeden Fall noch nicht so weit, dass ich sagen könnte, wir, äh, können einen Termin nennen. Also meine Hoffnung wäre, dass wir tatsächlich nächstes Jahr irgendwas damit hinkriegen, aber versprechen tue ich das bestimmt nicht, weil mit Versprechungen in der Hinsicht, äh, bin ich schon ein paar Mal böse auf der Nase gelandet. Ja, äh, so Termine einhalten bei kreativen Sachen ist schwer. Das ist richtig. Und vor allem, wenn man, äh, dann eben auch noch andere Sachen zwischendurch macht und das Ganze eben auch noch nebenher, ähm, das ist dann eben verdammt schwer. Ja, und, äh, da passieren eben dann auch Sachen, äh, wo man eben nicht mit gerechnet hat. Ähm, zum Beispiel letztes Jahr habe ich, äh, mit André Wiesler sehr viel Kontakt gehabt in Bezug auf den Protektor, also das Rollenspiel, was er geschrieben hat. Ja. Und, äh, hab das auch noch mit ihm gespielt. Und als er dann, äh, plötzlich verstorben ist, ähm, steckte ich auf einmal ziemlich tief in diesem Projekt drin. Mhm. Und, äh, da diese Geschichte mit André, also dass diese Zusammenarbeit, äh, zwischen uns sowieso schon geplant war, habe ich dann gesagt, das ist jetzt für mich auch sehr wichtig. Und darum habe ich zum Beispiel dieses Jahr und Ende letzten Jahres sehr viel Arbeit, ne, stimmt gar nicht, wir haben das nächste Jahr. Also, äh, 2018 sehr viel mehr Arbeit als erwartet in den Protektor gesteckt. Und, äh, der Protektor hat auch sehr viel von dem beeinflusst, ähm, was eben das Bironomicon ist, heute. Weil das war eben noch ein sehr, sehr anderes Spiel, bis ich, äh, das auch, ähm, praktisch über ihn kennengelernt habe, äh, wie er den Protektor geschrieben hat und ich mir also einige Ideen da auch entlehnt habe. Mhm. Weil auch da gibt es nämlich genau dieses, äh, dieses Ding, du stirbst nicht. Ne. Und das fand ich also so eine, so einen genialen Mechanismus, einfach zu sagen, ja, du bist dann kaputt, du bist raus aus der Szene, aber, äh, du bist nicht tot, wenn du, äh, sozusagen alle deine Punkte verloren hast. Und, äh, das wirklich mal zu erkennen und zu sagen, ja, das ist in Ordnung, das funktioniert auch in einem Spiel, wenn ich genau das eben spielen will. Weil, das war für mich also eine super Erkenntnis, die mich also unglaublich weitergebracht hat, ähm, dabei den, äh, das Bironomicon in der jetzigen Form eben fertigzustellen. Mhm. Ähm, das heißt also, du hast zum Schluss auch, ähm, praktisch die, die endgültige Veröffentlichung noch mit, mit angestoßen, sag ich mal. Ja, ich war in dem Team, was das damals gemacht hat, weil, ähm, es war ja vieles so halbfertig und, ähm, das haben damals eben einige Freunde von André haben das eben, ähm, übernommen. Und, ähm, ja, da musste ich gar nicht nachdenken, weil, äh, wie gesagt, das war also für mich sozusagen die letzte Freundespflicht, die ich noch irgendwie erfüllen konnte. Und, äh, das hat mich dann aber eben auch viel Zeit gekostet, weil ich musste auf einmal noch ein komplett neues Abenteuer schreiben, ähm, und, äh, zwei andere Texte musste ich eben auch noch fertigstellen. Und, ähm, ja, so sind dann eben viele, viele Sachen da noch mit reingekommen. Mhm. Hat aber auch viel Spaß gemacht, sofern man das in diesem Zusammenhang sagen kann. Und, ähm, das, was, ich glaube, das, was wir da also gemacht haben, das war ja damals unter der Regie von, äh, Judith und Christian Vogt wurde das ja gemacht. Ähm, was wir da also noch hingestellt haben, ähm, das ist, ich glaube, das ist also, ähm, ein würdiges Abschiedsgeschenk, muss man sagen. Also, ich finde das Spiel auch sehr, sehr gelungen und, äh, ich hab's auch inzwischen schon ein paar Mal gespielt und, äh, es macht einen Wahnsinnsspaß, äh, sich also da wirklich, ähm, ja, einfach mal total gehen zu lassen, mal wirklich so nur Blödsinn am Tisch zu, äh, zu treiben. Ähm, von daher, es ist eigentlich so in die gleiche, es geht in die gleiche Richtung wie das Beronomikon, nur, dass man halt keine Plüschtiere, sondern menschliche Deppen spielt. Und das macht einen Wahnsinnsspaß. Äh, also, ich kann das auch empfehlen, also, äh, Protektor, ähm, es gefällt mir auch sehr. Okay, ähm, dann noch eine Frage, wo wir jetzt beim Protektor waren und, äh, rauskommen. Das hat ja ein kleines Format gehabt, der Protektor A5, äh, 6, weiß nicht genau. Ähm, A5, so, es war, glaube ich, A5. Ja. Ähm, das Beronomikon A4? Kann ich überhaupt noch nicht sagen. Ich vermute eher A4, weil, ähm, es ist doch einiges, was man dazu noch schreiben kann. Und, äh, wenn ich das eben auf A5 bringe, dann, äh, bringe ich da doch wieder so ein 200, 300, 400 Seitenwälzer raus. Und das andere würde halt einfach dünner aussehen, auch wenn das gleiche drinsteht. Ähm, nee, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ähm, hängt natürlich auch stark vom Verlag ab. Meine Idee wäre tatsächlich zu sagen, äh, es gibt ein Regelwerk. Das Regelwerk enthält, äh, alles, was ich zum Spielen brauche. Mhm. Und vielleicht auch so ein Setting, also so ein, ein, zwei Hintergründe. Und dann, äh, mache ich weitere. Hintergrundbände, das heißt, äh, ich erzähle von anderen schwarzen Männern. Ich erzähle von anderen Kräften im Hintergrund, äh, die die Plüschis beleben. Natürlich bietet sich das Ganze für, äh, Abenteuer an. Selbst in der Phase, wo ich jetzt mich befinde, hab ich, äh, schon fünf verschiedene Abenteuer gespielt. Mhm. Und, ähm, diese fünf Abenteuer bilden, oder, äh, ja, die bilden ganz verschiedene Aspekte auch des Ganzen ab. Also, da sind welche dabei, die wirklich so in die Horrorrichtung gehen. Das heißt, da mache ich also tatsächlich so ein bisschen dieses, äh, ja, was Kinder in ihrem Schlafzimmer erleben. Ähm, das Monster unter dem Bett und, äh, die Kreatur im Schatten und ähnliches. Äh, und da sind auch Sachen dabei, wo es wirklich einfach nur um Blödsinn geht. Also, äh, ich hab zum Beispiel dieses Jahr auf der Anrufung ein Abenteuer gespielt. Das kann ich ruhig erzählen, weil das ist kein Spoiler. Ähm, das heißt, auf Wolke sieben. Und da geht's darum, ein Luftschiff auszutesten, zusammen mit dem Wissenschaftler, der es entwickelt hat. Und, äh, da geht natürlich alles Mögliche bei schief. Und es gibt natürlich auch, äh, Geheimnisse an Bord zu entdecken. Und man kann unglaublich viel zerstören. Und ich hab das Abenteuer bis jetzt zweimal getestet. Und, äh, bis jetzt, äh, ist das Luftschiff nicht einmal da wieder rausgekommen. Also, es ist jedes Mal irgendwie zerstört worden. Und, äh, mit Riesenspaß jeweils der Beteiligten. Ähm, das heißt, man hat wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Äh, ich kann eben wirklich auch diesen klassischen Plot, wie du es eben gesagt hast. Ich, äh, meine Plüschtiere erwachen in einer Abstellkammer und müssen sich den Weg freikämpfen. Ähm, tatsächlich kann ich also auch sowas einfach, äh, darstellen, ohne dass ich irgendwas weiß, äh, über den Hintergrund. Ich muss nur die Regeln kennen und dann kann ich Spaß haben. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig bei dem Spiel. Weil, äh, nicht jeder wird sich damit großartig beschäftigen wollen und irgendwie Hintergründe wälzen. Sondern einfach so, hier, das ist Flopsy und Flopsy will jetzt ein Abenteuer erleben. Was machen wir? Ja, und dann geht's ab. Mhm. Und ich glaube, so muss so ein Spiel auch tatsächlich, ähm, beschaffen sein, dass es das bietet. Wenn es dann für jemanden, der möchte, mehr bietet, ist das toll. Aber, äh, ich glaube, die meisten werden es tatsächlich so benutzen. Mhm. Ist es dann, ähm, gestalten die Spieler das Abenteuer und das Setting mit? Oder ist es in der Hand des Meisters? Also, es ist tatsächlich in der Hinsicht ein eher ein klassisches Rollenspiel, ähm, das heißt, ähm, der Meister, ähm, die Abenteuer sind auch einigermaßen geradlinig. Ähm, aber ich versuche halt tatsächlich, es ist so, ähm, dass die Art des Designs, wie ich sie eigentlich seit ein paar Jahren für Abenteuer halt benutze, ich nenne das immer eine begrenzte Sandbox oder eine gesteuerte Sandbox. Das heißt, ich weiß, ähm, wie eine bestimmte Situation aussieht, ich bringe die Spieler da rein, ich weiß auch so ungefähr, wo es hingehen könnte, aber, äh, wenn die Spieler jetzt eben tatsächlich mit ihren Charakteren, mit ihren Plüschis in dem Fall, irgendwas ganz anderes machen, ähm, dann können sie das. Also, es ist nicht so, dass ich sie jetzt dann sozusagen, äh, immer wenn sie versuchen, die Wohnung zu verlassen, dann verprügelt sie die Katze und darum müssen sie drinbleiben. Ähm, sowas möchte ich natürlich nicht, aber, äh, es ist schon so, dass man einen Plot, äh, da drin hat. Also, weniger so, wie viele moderne Rollenspiele, wo es ja darum geht, den Plot gemeinsam zu entwickeln. Ich denke, auch das ist natürlich möglich, aber, ähm, zumindest die Abenteuer, die ich momentan habe, da sieht's dann tatsächlich so aus, da passiert etwas Seltsames oder, äh, die Charaktere haben irgendein Ziel und, äh, dieses Ziel müssen sie halt erreichen, beziehungsweise sie müssen halt aufdecken, was ist das Seltsame. Mhm, okay. Dann bin ich ja mal gespannt, ähm, auch wenn man dann sich die Beta mal anschauen kann, das werdet ihr auf jeden Fall tun. Haben wir noch irgendwas vergessen? Hm, ich weiß nicht. Im Moment nicht. Also, ich kann vielleicht noch so viel sagen, ähm, momentan, also, wir reden jetzt hier Anfang Januar 2019, ähm, mein Ziel ist es also, noch im Januar zumindest den Spielerteil einfach mal, äh, äh, online zu stellen, sodass jeder sich also mal angucken kann, wie man das spielt und mir auch schon mal Rückmeldungen geben kann. Ähm, der Spielleiterteil und das Abenteuer, äh, an dem ich momentan arbeite, ähm, was übrigens auch wieder ein komplett neues sein wird, weil, ähm, ähm, ich da jetzt tatsächlich auch mal so ein bisschen mit Abenteuerformaten und so weiter, äh, spielen möchte, also wie wird ein Abenteuer aufgebaut, ähm, und so weiter. Äh, äh, und dieses Abenteuer und der Spielleiterteil, beziehungsweise dann das komplette, äh, Beta-Regelwerk wird im Februar erscheinen. So ist zumindest der momentane Plan, ähm, das liegt vor allem daran, dass ich im Januar noch sehr viele Termine habe und, ähm, von daher wird das also dann wahrscheinlich eher so Mitte bis Ende Februar werden, bis ich es schaffe, ähm, das alles fertig zu bekommen. Grundsätzlich gilt, wenn einer dazu Fragen hat, kann er mich einfach ansprechen und ich werde auch, äh, mein Bestes geben, die Zeit nahe zu beantworten. Klappt leider nicht immer, aber in den meisten Fällen geht das. Und, äh, wenn das Ganze tatsächlich mal fertig ist, sodass man sagen kann, die Beta ist jetzt erstmal soweit okay, ähm, dann freue ich mich auch, wenn jemand dann mal das Interesse hat, sich daran zu beteiligen, also eigene Ideen zu liefern. Ähm, vieles von dem, was also in den Beta-Regeln drin ist, äh, sind zum Beispiel, also Plüschtiere haben Knuddelkräfte. Knuddelkräfte sind besondere Fähigkeiten. Und, äh, ich hab bis jetzt aus jeder Proberunde, die ich hatte, wenigstens ein, zwei neue Knuddelkräfte mitgenommen, weil Spieler einfach gesagt haben, hey, das ist eine Knuddelkraft, die muss es unbedingt noch geben, guck dir mein Plüschtier an, das hat es. Und auch solche Sachen nehme ich unheimlich gerne an, weil alles macht das Spiel letztendlich tatsächlich besser. Und, ähm, das ist also für mich auch der Punkt, warum ich jetzt sage, ich möchte das jetzt rausgeben und nicht einfach im stillen Kämmerlein sitzen und vor mich hin daddeln, sondern ich möchte jetzt tatsächlich hingehen und sagen, hier, das ist das Spiel, macht was damit, macht es kaputt. Und wenn es kaputt ist, sagt mir wo. Damit ich das wieder heile kriege. Okay. Dann die Frage der Fragen, kann man fliegen? Gibt es wieder eine Fliegenfähigkeit? Man kann fliegen, ähm, und zwar aber etwas anders, nur zur Erklärung für die, die das nicht kannten. In PP&P musste man dann gegebenenfalls eine Probe machen, wenn man eigentlich gar nicht fliegen konnte. Auf Fliegeligkeit. Genau, auf Intelligenz eigentlich. Und wenn man die eben vergeigt hat, dann konnte man fliegen, weil man zu blöd war zu merken, dass man es nicht kann. Hier ist das ein bisschen anders. Wenn ich zum Beispiel einen Drachen spiele und der Drache hat Flügel, dann kann ich eine sogenannte Speziesknuddelkraft bekommen, nämlich ich kann fliegen. Aber, das ist nämlich die Gemeinheit momentan, ich darf nur eine Speziesknuddelkraft. Will ich also einen Drachen haben, der Feuer speit, kann er nicht fliegen. Ah, okay. Weil ich mir das irgendwann überlegt habe und gesagt habe, nee, wenn ich zu viel jetzt in eine Richtung zulasse, dann habe ich nachher tatsächlich dann einen Drachen, der hat eine undurchdringliche Rüstung und kann Feuer speilen und kann fliegen. Und das fände ich dann auch nicht so ansprechend. Also vieles soll tatsächlich auch in die Richtung gehen, dass man sich einen Charakter baut, der eben vieles kann. Das heißt, der soll also mehrere Möglichkeiten haben, mit allem irgendwie was anzurichten. Darum gibt es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich eben Knuddelkräfte stärken, Schwächen und so weiter entweder zu abzuschreiben aus dem Regelwerk oder tatsächlich auch selbst zu erschaffen. Also mein Ratschlag ist dabei wirklich immer, nimm deinen Plüschstier, stell es vor dir auf den Tisch, guck es an und sag, was kannst du? Ja, also ich frage für einen Freund. Einen Freund, ja, ist klar. Also in dem Fall sogar für meine Frau, die spielt nämlich immer ein Teufelchen und das kann fliegen. Ja, das, wenn das, wenn das, wenn das, wenn das, das kann dann. Ja, also wenn das, entweder hat das, hat das Teufelchen Flügel. Nein, das hat einen Schwanz, was ich drehen kann, wie ein Helikopter. Das reicht. Sehr gut. Das Entscheidende ist auch hier wieder, ich muss es begründen können. Aber diese Begründung darf blöd sein. Nein, Moment, sie sollte blöd sein. Nein, sie muss nicht unbedingt blöd sein, aber es hilft. Es ist tatsächlich so, ich muss es nur begründen können. Und wenn sie zum Beispiel sagt, ja, ich kann das, weil ich kann mit meinem Schwanz so schnell, dass ich wie ein Helikopter fliegen kann, dann ist das wunderbar. Das würde ich sofort nehmen. Okay, perfekt. Gut, dann hast du einen weiteren Fan soeben gewonnen. Das ist schön. Ja, okay. Gruß an Frau Gemahlin. Ja, werde ich ausrichten. Jetzt habe ich schon dreimal M gesagt. Das ist okay. Okay, ich verzeihe dir. Das versuche ich auch schon, seit ich podcaste und es gelingt nicht. Bei mir heißt es äh. Genau, ich hatte mal so einen Rhetorikus, der hat ja immer gesagt, man könnte auch okay sagen. Okay. Ja. Gut. Ja, genau. Ja. Wenn wir so weitermachen, haben wir jetzt endgültig alle Zuhörer verloren. Okay, dann, ich danke dir für die Zeit. Wir werden, ich hoffe, du kommst nochmal zu mir in dem Podcast. Weil. Gerne. Ich werde noch viele Fragen haben. Spätestens, wenn das, wenn die Beta da ist. Kein Problem, kann ich gerne machen. Und einfach, wie gesagt, auch wenn Fragen da sind, kannst du auch gerne so stellen, du musst nicht unbedingt einen Termin mit mir vereinbaren, um mit mir zu reden. Okay, es gibt ja auch die gute Facebook-Gruppe oder wer keine Facebook-Gruppe. Hast du eigentlich einen eigenen Discord, einen Bernomicon-Discord? Nein, habe ich noch nicht. Aber noch, okay. Ja, genau, noch. Ich habe, im Moment mache ich tatsächlich das meiste über Facebook. Es gibt eine Webseite, die ist aber sträflicherweise noch sehr ungepflegt. Das kommt jetzt demnächst. Und ich werde mich wahrscheinlich in Discord auch nochmal umtun, weil es da eben auch die Möglichkeiten gibt, eben direkt Fragen zu stellen und ich darauf antworten kann und all sowas. Oder eben auch andere Dinge, wie zum Beispiel jetzt auch mal Live-Podcasts oder ähnliches zu machen. All sowas hatte ich schon mal gedacht. Aber einiges wird dabei auch über System Matters laufen. Die machen das ja inzwischen auch. Und ja, ich bin gespannt. Also ich gebe zu, ich bin jetzt ziemlich happy, dass es langsam wirklich mal losgeht, weil ich habe jetzt lange, lange Jahre eben drum gekämpft, irgendwas Spielbares fertig zu kriegen. Und jetzt habe ich wirklich das Gefühl, das, was ich habe, das ist mit Sicherheit noch nicht richtig. Aber das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ja, perfekt. Schönen Gruß von meiner Frau zurück. Danke. Sie freut sich. Jetzt haben wir schon wieder das M. Und das Monchichi fliegt schon durch die Wohnung. Genau so. Ja. M, 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 M. Jetzt habe ich nochmal mein M hoffentlich verbraucht. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Alles klar. Ich danke allen Zuhörern für die Zeit, die sie sich genommen haben. Und ich hoffe, es hatten alle Spaß dabei. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie ihm direkt, stellt sie in die Kommentare. Ich leite sie weiter. Danke für die Zeit und allen da draußen einen schönen Tag. Ciao. Tschüss.